Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 13. Türchen des MFB-UL-Kalenders. Da sehe ich es schon. Ha! Sehr gut. Dauertet gar nicht so lange. Gar nicht mal so schön. So, na da bin ich ja mal gespannt. Lil Spinning Around. Etwas von Berkeley. Aber bevor wir da reinschauen, natürlich noch mal einen Blick in die Excel-Tabelle für MFB-UL-Kalender. Da haben wir Türchen in den letzten Türchen so gehabt zwischen, ich schaue mal hier eben, zwischen 5 Euro und 8 Euro. 95, also 9 Euro. Bisher 72,98 Euro im Kalender und 6,08 Euro hier das durchschnittliche Türchen. Alles natürlich Preise ohne Gewehr. Da noch mal kurz drauf hingewiesen. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Shop an und da muss man dann halt mal schauen. Und natürlich auch alles ohne Versandkosten und so einen ganzen Kram. Aber ihr kennt das ja. Genau. Dann geht's los. Türchen Nummer 13. 0,10, 13. Zum Start in die Woche auch im UL-Kalender. Etwas kleines, feines. Was das denn? Also dieses Berkeley immer hier mit diesem 18 Mal länger halten. Also das, naja. Also es ist ein Mikro-Spinnerbait in 2 Gramm. Oh, der ist aber klein. Aus ein paar alten Büroklammern zusammengefügt. Nein, natürlich nicht, aber schauen wir doch mal rein hier. Da haben wir hier sogar zwei passende Trailer mit drin. Und natürlich den Spinnerbait. Der wird hier natürlich Bums-Dings montiert. Bestimmt wieder falsch gemacht, he? Ich probiere mal kurz. Natürlich hat er hier wieder falsch rum drauf gemacht. Ein richtiger Kevin. Ach Mensch, ey. Ach Lemmy. Was machst du denn? So, warte mal. Warum? Wenn es jetzt wieder gleich ist, dann breche ich hier ab mit denen, wenn es gerne in den Videos ist. Ne, diesmal passt's. Gott sei Dank. Bin ja schon ein bisschen peinlich geworden. Also hier ein wirklich kleiner Spinnerbait für Barsche, sag ich jetzt mal, UV-Aktiv. Der jetzt hier nicht. Das Spinnerblatt so ein bisschen zu einem, naja, ein Drittel, nicht ganz. Kann man mal machen. Ist interessant. Also so ein kleiner habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Auch nicht UV-Aktiv, aber schön mit roten Flakes. Jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Ersatz-Trailer mit dabei. Einen klassischen 90er-Jahre-Twister-Schwanz hier hinten dran. Ja, da kann man natürlich auch andere ran machen. Ein Pintail oder halt auch einen ganz normalen, ganz kleinen Gummifisch mit irgendwas um die wahrscheinlich 4 cm Länge oder sowas. Ich kann ja niemals ein Jahr ranhalten. Sag ich ja. Kann er halt. Genau. Ja, interessantes, kleines Türchen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Doch, finde ich schön. Also gerade auch für die Barsche wird das hier sicherlich. Sollen wir mal gucken. 2 Gramm, ob man den gescheit geschmissen kriegt. Naja, wird schon werden. Man kann natürlich vielleicht hier auch ein bisschen variieren, indem man halt einen Jig-Kopf nimmt, der vielleicht einen Ticken größer ist. Muss man halt gucken. Je nach Gewässer, denn wenn man ein bisschen mehr Lauftiefe haben will, nimmt man einen Jig-Kopf, der ein bisschen größer ist und dann sollte das auch funktionieren. Ja, genau. Mit diesem kleinen Türchen sehen wir uns später oder morgen. Macht's gut. Bis dann. Euer Nemi. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020